So liebe Leute, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, wie es weiter geht. Letzter Part war ein bisschen Desperation. Oh. Das Spiel hängt. Achso, ich dachte gerade. Es geht, mein Name ist Osaru. Was geht, Jiren? Seid ihr zwei Käfer, oder was? Oh, wie süß. Ah, es ist nur ein Käfer. Das ist Jiren's Cousin. Jiren ist mit Kraft exkliniert und der mit Macht. Oh, nix, Bruch. Oh, nix. Ah, Lachweiß, Junge, bitte. Du bist ein Schurke. Was hast du für grausame Klamotten, ey? Welchen Schurke ich für den übel Badass aussehen? Der sieht aus wie ein Käfer. GG. Naja, wir kommen zum nächsten Part. Dieser schließt natürlich zum letzten... Oh, Kapitel 4. Hinterlistige Pläne. Wer bist du? Jiren's Vater, oder was? Jeder liest heutzutage ein Buch. Vielleicht sollte ich auch mal wieder anfangen. Oh, das ist Jiren's Vater. Hm. Okay. Jiren war das dein Papa? Giren. Ja, jedenfalls. Genau. Direkt aus. Das ist sehr... Was sagst du zu? Ja. Alles seine schon, Ichigo. Wieso hast du ihn nicht besiegt? Ja. Was soll ich mit der Verkaufelung sein? Ich weiß, was er nicht weiß. Aber ich habe versucht, dass ich ihn mit der Replikation verwendet, dass ich ihn mit dem Replikation verwendet, Kain und die Verkaufelung stehen. Kain? Was ist die Frau, der Schügel hat? Ja, was ist der Wifi? Das ist ja noch nicht so, Wifi. Es ist sicherlich, aber... Ich gebe ihm einen Boost hier, das ich kann aber gar nicht. Oh mein Gott! und Ja jetzt hat mir cool Honewurt streiten Leid Fass mich nicht an Junge. Ich breche deine dumme Nase Ja, Ryuk, was willst du? Ryuk, nöse. Ich bin nicht überraschend. Das ist Ryuk. Du bist so scheinbar, wie du willst. Mit einer stressigen Visage. Du siehst schon cool aus. Aber hast du auch die Stimme? Angela, was willst du von ihr? Angela Merkel. Ja, hab ich. Zurück mit dir. Was willst du von ihr zurück? Halt deinen Abstand. Dein Mundricht. Sabo, helf mir mal bitte. Sabo, du traust ihm auch nicht, ich weiß es. Angela Merkel? Ich habe das Gefühl, aber... Ja. Ich habe das Gefühl, dass du nicht in der Baselcamp bist. Ich bin ein Frau, weil du nicht in der Baselcamp bist. Sabo, komm. Dann... Ich bin jetzt wieder... Ziehlein, Junge. Ich habe mich nicht verstanden. werde besser ja von also aktuell ist nicht mehr im gameplay sondern wir gucken uns einfach gerade cutscenes an so läuft es gerade auf jumpforce naja weil wir sind hat als sie gerade vorhanden gott sei dank in der story wirklich am ende mit kein problem auf jeden fall gab es ein bisschen angenehm wir ein bisschen gechirrt aber wir machen jetzt weiter und ich denke müssen die missions gesen ja genau richtig und dort werden wahrscheinlich wieder zu verschiedenen orten reisen um den hilferufen entgegen zu kommen deswegen gucken wir uns das ganze mal an bei der rumpel schlüssel missionen was das mut drei mann zelle andere farbe ich habe diesen richt diesen die werden da so viel schaden machen ich weiß es die werden da so viel schaden machen ich habe gar keinen bock jetzt so eigentlich mal die wir haben ja nie verpassen ich werde legit auseinander fallen jetzt gehen wir zu wie heißt die ricky glaube ich weil da war statt irgendwas mit eis oder so dran ah die genau wie hieß du noch mal warum schaust du traurig ricky ja mir geht es gut okay da mische ich mich nicht ein beziehungsstress tut mir leid deine wiedersehen zu stören aber die nächste mission warte auf dich ich gehe in hunk wurde eine große menge wenn uns gesichtet ich würde euch bitten euch das anzusehen mach mal aber professor wo guckst du hin du ja g zum g g g wie hast du eigentlich die umbra basis gefunden ruckia ich dachte die sort wäre dimensions verschoben und nicht zu orten ein mann namens zahn hat mich er hat mir auch seine privaten piratenlunchboxen gegeben genau genommen habe ich einen köstlichen nachmittags snack eingenommen den er für mich und angela zubereitet hat angela oh du meinst es keine mädchen oder gedächtnis sie schien eigentlich ganz nett zu sein sie hat gesagt sie sei noch neu kenne die war es nicht so gut und habe kaum freunde ja lena oh meo komm ran komm mit sie ran mua du kleine ratte du sollst rankommen nicht ruckia sharingan ruckia du 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 immer schützen sich alle vor mir machst du auch so viel schaden oder kickst du auf die ein angriff ein angriff hast du gemacht ich schaue ich schütze mich ich schütze mich spiel cpu sind zu op und machen viel schaden bitte fixen sie des kann so mal treffen vollpfosten Sag mir, ich muss der Bild hier gedrückt halten. Was, der hat mich gepackt? Ah, was machst du? Was machst du? Nein. Nein, nein. Oh mein Gott, ich habe Angst. Jochen, siehst du? Entschuldigung. Oh nein. Das zu können. Oh mein Gott. No. Ja, Rukia, was geht? Alles gut? Machen sie Schaden? Ja. Tu es, Osaru. Oh, lol. Hä? Kein Sinn, wir nehmen sie mit, dann wird sie befallen, dann müssen sie sie bohren und jetzt was geht ab. Na, Noichigo, wo bin ich? Keine Ahnung. Das ist also passiert. Tut mir leid, Chigo, wenn ich nicht die Kontrolle verhauen hätte. Vergiss es, die Hauptsache ist, dass du in Sicherheit bist. Ab und wäre es lieber gewesen, wenn ich keine Freundin hätte angehalten müssen. Ja, ich hoffe, dass sich das nie wiederholt. Danke. Okay, ich hoffe es auch nicht, Rukia, weil du hast echt gut Schaden gemacht, Mädel. Also, was? Es wird bestimmt noch schlimmer, Freunde. Der Endgegler, ich kann mir das kaum vorstellen, er macht schon einen Hieb und ich bin tot, bestimmt. Oh mein Gott, dann tut es mich noch die ganze Zeit schützt und ich kann es kaum erwarten. Aber, nee, nicht Freiemissionen. Wir machen jetzt einfach mal weiter, let's go. Scharlachrote Augen, Scharingan. Nicht nachmachen. Nicht nachmachen, hast du deine Augen verdreht. Ja, aber nicht nachmachen. Oh. Top Secret, um ja für mich keine Zeit zu verlieren. Okay, was geht ab? Würden Sie bitte zu Sachen kommen, die Sprüche kennen wir schon. Dieser Killua, wie frech einfach. Nun gut, wir haben den Kontakt zu Kurapika verloren. Kurapika ist unser Freund, er ist vielleicht nicht hier in der Basis, aber wir stehen ihm immer in Kontakt. Er ist ein großartiger Hunter, genau wie Killua und ich. Hä, bist du auch ein Hunter, oder was? Direktor ist ja auch ein Hunter. Das hat auch der Direktor gesagt, oder nicht? BD. BD. Naja. So. Nachdem, dass. Hey, was geht ab? Kurapika. Bist du ein Hunter, oder was? Das ist eine Falle, you don't. Risuka? Wie aggressiv. Der will richtig drauf, Ozago. Der Ozago will richtig drauf, was ist da los? Aggressiv, Attack von Ozan. Der Ozago will richtig drauf, also schon. Der Ozago wird richtig drauf, was ist da los. Der Ozago wird richtig drauf. Der Anhege ist ja schon. Der Super ist ja schon. Der ist ja schon. Der ist ja schon. Der ist auf. Der ist ja schon. Bis zum nächsten Mal. Was? Wie cool! Wie cool Killua ist, der ist cool. Ja, Killua ist cool. Okay, cool. Cooler. Cooler. Naja, wir machen einfach mal weiter. Oh nein, jetzt kommen diese lila Mission. Entweder, warte mal, warte mal. Entweder chippe ich gerade zu saad. Kann auch sein, dass es so eine andere Art von Mission sind. Also, dass es nicht mit der Schwierigkeit zu tun hat, sondern vielleicht so Untersuchungsmission oder so. Gucken wir gleich. Gehst du jetzt auch? Hast keinen Bock mehr. Ciao. Marvoy. Oh, mit den Ringen. Ja, gut. Aber jetzt bin ich echt drauf gespannt, was es mit den anderen Missionen auf sich hat. Ob es nur die Schwierigkeit ist, die erhöht wird, oder ob es irgendeine andere Art Missionstyp ist, sage ich mal. Ja. Achso, wir müssen erst das Direktor einladen. Denkst du, Ida sich den Venoms anschließen würde? Hm, bei Hisoka kann man das nicht so genau wissen. Das stimmt. Nun, Kurapika, warum folgst du uns nicht in die Basis? Es ist gefährlich, Hisoka allein zu verfolgen. Ich gebe zu, das sah wirklich ganz schön knapp. Und außerdem müssen wir uns jetzt Hisoka und seine Kopien stellen. Und sah gleichzeitig. Ich will gar nicht daran denken. Direktor, habe ich ihre Erlaubnis in der Upras Basis zu bleiben. Aber natürlich. Von jetzt an können wir alle gemeinsam kämpfen. Ja. Danke, das werden wir. Jetzt würde ich mir gerne die Missionen ansehen, wenn ich das denn dürfte. Yeah. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ihr wisst es vielleicht auch schon was. Oh, oh, Piccolo ist nicht so gut. Eigentlich würde ich gerne das zuerst machen. Aber jetzt habe ich schon gesagt, ich würde mich gerade interessieren, was das ist. Bitte, lass es nicht so schwer sein. Bitte. Was ist los, Junge? Cyber. Ich habe das Gefühl, als wäre ich kein bisschen selbstsicher. Die anderen sind alle so beeindruckend. Ob ich da mithalten kann? Hm, verstehe ich nicht. Wenn du die über solche Dinge sagen machst, selbst zu mehr trainieren. Haha, du hast bestimmt recht. Essen nur, ich habe keine Besonderfähigkeit mehr. Lalalala. Hey, wir gehen auf, das Kindstück um Wein zu bringen. Hadef. Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, Bursche. Ich tue dir einen Gefallen. Spezialtraining. Hatten wir nicht schon so Spezialtraining? Sowas in der Hart? Hatten wir schon solche Missionen? Ich glaube ja, relativ am Anfang, oder? Keine Ahnung. Egal. Schauen wir einfach mal. Oh. Hör zu, dein Problem ist, du hast kein Selbstvertrauen. Und das wählen wir, indem du gegen diese Typen kämpfst. Viel Spaß. Jotaro. Und Kenjiro. Oh, was übertreibt der? Oh, okay. Das sind so... Training Sessions. Oder... Ja, okay. Annehmen. Oder sind das Missionen, nachdem ich dann quasi die Fähigkeiten vom Charakter bekomme? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht. Ich meine, wir werden gleich schlauer. Dann passt das hoffentlich. Genau das. Was? Was? Oh, was? 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 Wie? Was haben wir da gemacht? Was? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Oh, was? Oh, was? Oh! Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? I? Was. Gern. So, an dem Müller Builder, so damals in. Bitte kommt alle einfach, kommt alle Ich hab so Angst gerade, ich hab keinen Bock auf das Ich hab gerade so Angst, dass ich verliere jetzt Bitte Hör auf Jotaro Nein Oh mein Herz Ich hab irgendwas gemacht Midoriya Sie Lappen Jetzt haben wir den Test bestanden, Midoriya hat jetzt mehr Mut Ich hab echt Angst aber ne Aber guck mal jetzt, ob es sich überhaupt gelohnt hat Oder ob es einfach nur so ne Zeitfest war Schaut mal So ist es richtig und fühlst dich jetzt zuversichert Jaaa Schön schön wenn du bei mir revanchieren willst Kannst mich gerne einer deiner heißen Lehren vorstellen Warum eskalinen alle so Aber ich glaub das war's auch schon Richtig Ich glaube ja Also Freunde Doch nicht Hallo Und ist das gerne gut gelaufen Jawohl Ehrlich gesagt komm ich nicht sehr viel zu Als ich vor Allerdings haben die anderen versucht mir zu helfen Ich sollte harter mehr arbeiten um mich zu revanchieren Hm Du bist schon wesentlich entspannter Hat wohl funktioniert Ich glaube das war's jetzt Freunde Vielen Dank fürs Zusehen Und wir sehen's im nächsten Mal hoffentlich wieder Macht's gut Peace